In einem figurbetonten Metallikleid strahlte die spanische Königin Laetitia in Palma. Ein gewagter Look. Will sie König Felipe damit etwas sagen? Bei mildem mallorquinischen Wetter fand am Sonntagabend im Innenhof des Misericordia-Komplexes in Palma die Abschlussgala des Atlantida-Mallorca-Filmfestivals statt. Schauspieler Michael Douglas, 79, wurde mit dem Preis Master of Cinema geehrt, den ihm niemand Geringeres als Spaniens Königin Laetitia überreichte. Ich habe ja bereits einige Preise bekommen, aber noch nie durfte ich einen von einer Königin entgegennehmen, sagte er zu Bild. Wow-Auftritt In ihrem eng geschnittenen Metallikleid mit Riemchensandalen und einer mit Heierten besetzten Handtasche sah die Frau von König Felipe, 56, fast selbst wie ein Hollywoodstar aus. Der Look dürfte Royal Kenner allerdings überraschen, kennt man die Königin normalerweise nur mit hochgeschlossenen und sehr klassischen Outfits. Möchte Laetitia mit ihrer Kleiderwahl etwas mitteilen? Königin Laetitia sei im Palast isoliert. Felipe war an diesem Abend zwar ebenfalls auf Mallorca, absolvierte jedoch das erste Training für die Segelregata Copa del Rey. Berichten von spanischen Medien zufolge soll die Ehe der beiden am Ende sein. Laetitia werden mehrere Affären nachgesagt und auch Felipe soll seine Frau während ihrer Ehe betrogen haben. Gemäß Adelsexperten soll sich die einstige Journalistin spätestens nach den Aussagen ihres angeblichen Liebhabers Eime del Burgo in einem Enthüllungsbuch eingesperrt fühlen. Sie soll sich seither unterwürfig verhalten, im Palast selbst sei sie isoliert. Will sich die Königin also mit ihrem Kleid an ihrem Mann rächen? Oder sich womöglich aus den royalen Zwängen befreien? Die Antworten auf diese Fragen kennt nur die 51-Jährige und ob es sich bei der Kleiderwahl tatsächlich um einen Racheakt handelt, bleibt Spekulation. Gut gelaunt beim Empfang im Palast Marivent Am Folgetag zeigten sich Königin Laetitia und König Felipe zusammen mit Altkönigin Sophia, 85, im Marivent-Palast in Palma, Mallorca. Dort fand ein Empfang für Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und Vertreter der Zivilgesellschaft der Inseln statt. Rund 500 Gäste waren geladen. Und Laetitia und Felipe? Das Monarchenpaar zeigte sich gut gelaunt, lachend und harmonisch. Keine Spur von schiefem Haussegen. Bevor die spanische Königsfamilie ihre jährlichen Sommerferien genießen kann, stehen am Dienstag für Felipe noch ein Treffen mit Spaniens Regierungschef Pedro Sanchez und am Samstag die Verleihung von Segeltrophäen im Terminplan. Von royalen Ferien wird aber in der Regel wenig bis nichts bekannt gegeben, auch den Offiziellen beginnt halt das Königshaus meist nicht mit. Kommt, kommst du. 強